ja ja okay, Internet ist abgeführt, also Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ports Hey, um Meintels Freunde, wir sind wieder dabei, die ein Dinger geht Ich mach diesmal kein Intro, ich schneier das zusammen weitergeht ja ich hab bei mir jetzt auch gegrüßt und wegen Internet irgendwie spackt skype rum weil keine Ahnung ja kann manchmal sein dass bei uns das Internet oder Skype abkackt bei wen das auch immer sein wird na die Niederform heute kommt jetzt mit er übrigens habe ich eine Sache und stehen woanders weil die Nacht war und es gibt die Umwelaufwünsche mit geflüchtet und hat mich einmal getötet wie ich ihn einmal ja und dann aber ich bin ich werde mal was machst du einmal gestorben dass ich wieder vor dem Haus tun aber scheiße komplex abstand der Welt war ein keine Rückmeldung mit mir verarschen Minecraft und jetzt wieder da bitte bitte ja gut Kurs war so dann müssen solche sagen wir bauen uns mal langsam auf die Insel drauf der Wartel ich will mit einem Steintritt machen noch mehr auf und es wäre ich ob es wäre ich warum und geht er nicht holen wir müssen nicht sterben darum ist die insel hast du gehört dann gibt mir gerade aber in der mark abdeutsch der internet ja wie man der bestätigte danke gut noch gar ich bin nicht oben Nein Scheiße Fuck Alter ich bin übrigens Vanilla-Minecraft nur so ein bisschen davon Nein Nein Geht weg 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 Ich bin auch noch so jung um zu sterben Ich bin jünger Ich bin viel ich bin viel zu jung um zu sterben Ich bin viel zu jung um zu sterben Ich bin viel zu jung um zu sterben ja du lächst gerade ich hätte mal da ein Bier okay jetzt habe ich ein Problem ja ich werde nicht rüberkommen ohne zu sterben mehr rüber auf die Insel also mehr Ranglin warte ich fand das sehen noch zu ändern kommen Juno Humor ja ich bin oben und ich hab's hochgeschafft ich hab gerade mal ganz gut in Minimert angebracht weil ich gucken will wo Mops sind überall Minimert ist er nicht mehr ja ich guck ja auch nur wo die März ich bin nicht wegen der Nürnberg um habe ich ein Thema habe ich ein Thema habe ich nicht immer mit dem Thema habe ich ein Thema n Dornen ja ja doch um wieso noch ein paar fortstehen Mitglieder oder keine Ahnung das musst du die Ehe wegfragen ich weiß ja gar nicht wie man das regelt auch und auch vor 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 Abonnenten ich mache nicht mehr so lange um 17.30 mach ich einen ganz kurzen Karts dann esse ich irgendwas und danach geht es weiter und wir drei gewesen wir suchen noch fortstehend wieder wenn ihr dabei sein wollt dann er nicht einfach skype ihr werdet meinen skype name in der durchschreibung finden und wenn ihr schon wissen wollt wie der Teammitglied von mir heißt der heißt Janik ja genau wo heiß ich Janik 263 aber anders auf YouTube bin Jungs keine Werbung hier für deinen YouTube-Kanal naja kann ich auch nicht für dich ich bin sie jetzt immer deinen Namen auf der Stürmer aber eine in den Moment haben wir jetzt immer zu sehen das werde ich in dieser Folge durch zehnmal wenn ich schon bei der Lage mal ich dann bieten er kann mich sein damit doch immer das mache ich aber nur in der Folge als Geld aus dem Bild und er hat nur ich habe einfach bieb über auch das Bild das ist mit meiner eigenen Stimme so wie mit wie so wie bei den werden kann gut sein ich gucke die nicht sehr oft er macht auch bei seinen manchen Videos um um ich bin auch im Prinzip haben zu können so ein bisschen großartig wird mich mal auf dem Weg nach oben machen um ich habe keine Angst du solltest Angst haben warum warum Ortsum hinterkommen Papa wenn man leiser haben Römer vor Ort ich habe fast untergefallen er hat sollte ich mal lange hochkommen bei ohne Ressourcen kann ich oben nicht viel machen Ich fahre neutral, Schatzi. Ja, dann hol scharfe Schatzi. Ja. Hol scharfe und bring mir mal Holz mit. Ah, ich getötet, ich geh mal rein. Ich würde gerne mal anfangen, das Haus zu bauen. Ähm, ja. So, ich mal, ich zieh mal die Gegend flach. Ha, Flachland. Ha, ha. Zurück zu zahlen. Sagt der Platt, ups, zwei oder was? Ja, mein Vater. Ja, Tromperführer und von. Tromperführer und von. Ey. die Schuhe um die Opel Goldschau und der Diffie ach ja was ich noch sagen wenn ich schon mal in dem Jahr Spielchen was die Stuttgart ich würde mich sehr gern in den Mittelpunkt was ich noch nicht genau kann man bei mir auch machen aber keine blästlichen Spiele da ich im Moment da meine HDPW im Moment voll kaputt ist und ich den nicht mehr benutzen kann was ist da ein Aufnahmegerät für die Kälte und von Kohl ja vor 80er Jahren da auf Beine ja bei der Achterer an von Kuhl waren er ist er doch gut zu aufmärkten abmärme reden werden werden ich weiß übrigens mein Weg dass wir hier überhaupt aufs keinem kommen ohne uns und dauernd hochbauen zu müssen ich bin mal ganz kurz weg bis gleich ja okay jetzt ist er weg jetzt habe ich erst recht keine Ressourcen ähm naja gut so erstmal hier die Insel flachschlagen dass wir später mit dem Dörter rübergehen können dann haben wir hier nämlich den Aufgang vom Berg hier hoch dass wir hier hochkommen später mache ich dann von da Moment von da unten dann Prozent nennt Weg mit einer Leiter hoch aber das wird ja ein bisschen später kommen weil erstmal brauche ich diese ganzen Ressourcen dafür wo Leute das war knapp ich werde jetzt auch ein bisschen aktiver Videos machen weil ihr ja schon sehr lange nicht mehr von mir gehört habt so 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 ich hab mir jetzt mal nebenbei was schon ist da wohl wenn ich nicht hier so dann kann ich doch doch noch weitermachen dann seitdem nicht mehr alleine so ich mache jetzt kann ich den Weg dass wir da rüberkommen dann da und ich komme jetzt ja genau von der Komma Joky schon mal du siehst doch Prozent wenn du mich um siehst da habe ich so ein Weg aus dort gemacht zu so einem Berg dann ist einfach hoch weil er kann sie über den Berg hier hochkommt ich kann die Gänze da habe ich damit nur noch das Prozent denn Kohle okay und hier drüben und Brüder so ein Leben von mir ab was du da raus hast du da raus mit der Möge von der Dings auf den Prozent Baum gesprungen was im Jahr das Jahr war kann man auch mal müssen dann müssen wir das Leben bis zum Plan aber ich werde sie später einfacher machen da hochzukommen ich hätte immer so ein scheiß Berg hochschweigen müssen und werden dann dann Trepp hoch nehmen leider nein ich habe eine Leiter gedacht davon leider so leichter mehr und ich brauche Setslinge ja, hab ein bin ich hier richtig ich wollen was willst du hin wollen wir Freunde sein hast du Knochen? Knochen, 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 nein so jetzt nochmal Dirt wegnehmen hier mal was für ein Elbot hat der da ist er tot ja oh, der balanciert ah, ein balanciendes Zombie, oh, du bist so süß, oh, ja, jetzt darfst du runterfallen, ja, tschüss ich bin in fort 4 ja, wenn sie lang vor 3 so da bist du bei mir ich muss runterkommen ich muss runterkommen sagen tada so jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Weg um zu unserem fort zu kommen Geh weg! Geh weg! Nein! Geh weg! Geh weg! Entschuldigung, mein Vater sind halt Tochter. Gamerfamilie. Nein, nein, ich bin ja kein richtiger Gamer. Ich mach nur ab und zu mal so letztlich. Ich bin schon ein Gamer. Ha! Und da zu stillern ich. Okay, du bist ein Gamer. 1, 2, 3, 4, 5 und da. Mein Leben! Na! Wenn du Knochen hast, ne? Sag das mir, ich brauche nämlich Knochenmehl. Und die Sonne geht wieder auf und ich will jetzt erst mal sagen, hier ein kleiner Cup bei der Folge. Na, ich nehme mal weiter auf. Na, ich nehme mal weiter auf. Tschüss!